Weißt du, was die Menschen draußen denken, auch wenn sie es nicht laut sagen? Ein politischer Schlagabtausch der besonderen Art. Und das ist vielleicht auch ein Teil der Wahrheit. Integration ist keine Einbahnstraße. Ehrlich, direkt und ganz nah dran. Hier sitzen Türke gerade gegenüber. Ich denke, du bist deutscher Staatsbürger. Ja, genau, sehr gut. Ertappt. Steffel gegen Mutlu. Das Berliner Duell. Freitag 19.15 Uhr und 22.15 Uhr. Neu auf TV Berlin. Ich würde mit dir gerne noch über Harper reden. Prost.